einen wunderschönen guten teil und herzlich willkommen in der neuen folge von sonic frontiers wir sind immer noch auf ray island und müssen noch drei türen ausschalten die wc alle schön im bild sehen drei haben wir ja schon ausgeschaltet und jetzt kommen einfach die letzten drei noch dran mal gucken was danach so passiert ich weiß es nicht bin aber auf jeden fall gespannt was uns so erwartet aber für die drei türen werden was ich ja 15 minuten brauchen denke ich mal weil die werden wahrscheinlich nicht einfacher als die ich als erstes gemacht habe immer umständlicher um dann ausschließt ist es das 1 der nervt wow okay wenigstens ist das ding kaputt gehen wir halt noch mal hoch kein problem das kann man eben nicht anders besiegen als so wie ich es jetzt gemacht habe ist zum glück nicht der allerweiteste weg gewesen das finde ich dann jetzt aber frech wenn es weiter geht wird es nichts mit drei türen heute na komm schön sorgfältig genau die ganzen ringe brauchen wir dann halt das ist eine zusammenfassung aller gegner die ich in dem spiel hatte auf dem turm hier ja why not was ist das ja sauerstoff oh komm mal runter hier ja was war das denn ich werde noch gar nie gesehen naja so oh boy auf wen hast du geschossen das ist der falsche komm mal das ist ein bisschen übertrieben was ich gemacht habe aber hoppala sammeln mal wieder alles ein hier danke ähm ja okay einfach nicht runterfallen danke zeugs wieder auffüllen wunderbar ich würde sagen hoch geht's okay keine besondere belohnung das wollte ich so hallo wow okay oh guck mal das ist ja ein checkpoint wow na immerhin da hätte ich jetzt gar keinen Bock gehabt alles nochmal zu machen da hätte ich jetzt gar keinen Bock gehabt so komm runter sehr gut und hoch easy und schön oben drauf damit ich ja nicht runterfallen kann immer nur Skinpunkte als Belohnung gib mir lieber ein paar von den Brüchten oder Beeren oder was das auch warum macht er das die ganze Zeit genau darum falle ich dann auch wieder runter und ich kann nichts machen tja ist das bescheuert komm geh runter so warum macht er plötzlich immer diese dummen Kugeln oh oppala Entschuldigung ja wenigstens gibt's Checkpoints da muss ich nicht den ganzen Scheiß nochmal machen ülig ähm danke come on geht doch so jetzt müssen wir langsam aber sicher hochkommen ist korrekt ok Turm Nr. 4 Gwenshu Turm Nr. 2 ZEISDU Quark DANSHKWIN SHURA Bureil to Dream, Tullius. Muras-Gurin, Shura. Kureil-Ax-Lius. Mashura, Iskoy. Tullius, Zai-Durid, Endokash. Wieswai-Dir. Komische Sprache, die die Kokos hier haben. Ich glaube, ich verstehe dich jetzt. Wir beide würden jene, die uns am Herzen liegen, um jeden Preis beschützen. Aber dein Schicksal. Ich habe es berechnet. Leb wohl, Held. Ja, der Sonic geht nicht so schnell drauf. Nee, nee. Garantiert nicht. So, geh mal schön runter. Und eine schöne Landung. So, der nächste Turm. Ist der da? Gehen wir mal da hin. Nee, der ist nicht größer als der andere. Was machst du da? Warum dreht sich jetzt einfach die Kamera? Was war das? Also. Eins von diesen komischen Monstern. So, ich muss jetzt nur noch herausfinden, wie ich da hochkomme. Das ist, äh... Die große und entscheidende Frage. Wie kann man mich raus hier aus diesem kleinen Krater? Ähm... Irgendwie gar nicht. So wie es aussieht. Ja, aber... Ah, guck mal hier. Mach das da schnell weg. Easy going. Okay, nee, das... Ah, doch. So. Und hoch. Ah, und das ist der Weg nach draußen. Okay. Sehr gut. Wir gehen, weil es so schön aussieht, durch diese Tore hier. No, ich dachte schon, was ist das jetzt schon wieder? Bossfight gegen eine Möwe. Weil das hier gar keine Monster hat. Also auf den Türmen natürlich, aber... Sonst einfach gar nichts hier. Okay. Komisch. Ja, komm. Ähm... Runter. Okay. Nochmal runter. Okay, wenigstens geht es jetzt wieder hoch. Dafür auch ordentlich. Glück gehabt. Ah, fuck. Ich muss da. Ja, ja. So. Ne, das sind... Ah, doch so. So ist wichtig. Sehr gut. Wieder dieses komische Ding. Dreimal draufhauen und kaputt. Okay. Okay. Warte mal. Wieder runter. Okay. Was ist jetzt? Muss ich wieder nach unten, oder? Ne? Wurde ich verkackt? Oder... Ne. Scheint mir nicht so. Komm, mach den Scheiß kaputt. Nee, das sieht gut aus, was ich hier mache. Das sieht sehr gut aus, was ich hier mache. Dann hoch. Bei einem Turm ist der Weg nach oben immer der Beste. Das heißt, man macht was richtig. Okay, ich glaube, wir haben es... Ne, wir haben es doch nicht geschafft. Noch lange nicht so, wie es ausschaut. Oh, wieder dieser komische Blob. Na, komm. Jetzt haben wir es geschafft. Wunderbar. Khaos Jem, Juwaiin, Galking, Gwaiin, Debut. Hurein, Tai. Na, wunderbar. Dann wurden wir wieder aufgeklärt, ha? Der letzte Turm ist der da hinten. Oh, der ist ordentlich weit weg. Was passiert, wenn ich so nach unten gehe? Wo komme ich dann hin? Ah, guck mal. Sogar in die Nähe des Turms. Na, komm. Lande einfach da. Das ist perfekt. Gut. Dann machen wir den nächsten Turm im nächsten Part. Den, oder beziehungsweise den letzten Turm. Bin gespannt, was passiert. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020